Willkommen meine Sturm-Troppler! Willkommen, Willkommen! Willkommen, Willkommen! Zum Livestream von Lord Impi. Mit Oxygen not included. Ihr habt entschieden! Wem darf ich den schon im Stream begrüßen? Das Viehchen tippt im Chat. Warum darf ich jetzt die Namen nicht mehr ändern? Das ist ein Käse. Nein. Ich darf die Namen nicht ändern. Ich wollte doch die Community nennen. Warum? Das war so wahrscheinlich Setup. Gut. Dann eben nicht. So geht es nicht. Nochmal. Ups. Ladung war erfolgreich. So. Ja. Jetzt ist es ja schon gut. Was die da auch was werden. Kleiner Glas. Ach Gott. Oh, oh, oh. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Ja. Das ist gut. Sie bleibt. Dann hätte man schon mal es fähig, dass ich im Chat gemeldet. Da haben wir eine nächste im Chat. Willkommen Silvan. Dann gucken wir mal, was der Silvan drauf handelt. Ein Bauertölpel. Maulwurfhände. Graben macht er gern. Ja, das sieht doch gut aus, Silvan. Flott die Frisur. So. Wen haben wir dann noch im Chat? Stärkere haben wir noch jemanden dabei. Lernen plus drei. Zart beseit. Geld dachte ich mir, ah so, dachte ich mir, ah so. Oh, der ist natürlich, ne. Das sieht auch gut aus. Auch Lernen plus zwei. Athletisch sind sie alle. Also, gehe ich sogar ein bisschen mehr wie alle andere. Freundlichkeit. Wie war? Weiß ich, bist du nett. Landwirtschaft. Kochen. Kreativ. Kreativ haben wir niemanden. Braune kreativ werden. Das sieht doch gut aus. Athletisch vier. Somit hat ich viel hier raus mit dem Flitze. Kochen, Bauen, Bedienen. Okay. Zart beseitigt. Kann folgende Aufträge nicht erfüllen. Betreuung. Okay. Hatte ich jetzt auch noch nie Betreuung. Nightbot ist der nächste. Falls sich niemanden meldet, ist das echt so. Gute Idee. Wenn schon keiner kommt, dann Pech. Das ist die Stadt-Community in meinem Überlebens-Spiel. Oxygen. Oxygen. Ihr Han entschied. Auf YouTube hatte ich heute Morgen so kleine Umfrage gestartet. Wenn das Game es werden soll. Und Oxygen ist es geworden. Ich dachte, na, ich spiele es mit euch. 24 und Silbern. Ihr sind jetzt voll mit drin. Mal sehen, wie lange wir überleben. Los geht's. Schwupps, da sind wir aus dem Stargate, würde ich jetzt einfach mal sagen, rausgeworfen wurde. Wir sind in dem Astronaut aufgewacht. Die Luft ist knapp. Jetzt geht's drum zu überleben. Truppe 1 ist zum Einsatz bereit. Sehr schön. Gut. Hier sieht man, das hier sind so Sauerstoff-Quelle. Die sollte man nicht abbauen, weil dadurch ist die Luft hier, dass die Jungs hier atmen und die Mädels atmen können. Also Alge, Alge wird ganz wichtig sind, habe ich schon in dem Spiel gemerkt. Wir würden uns jetzt auch einfach zu der Alge mal bohren. Ich nehme Spieltipps gerne an. Ich bin nicht so fit in dem Spiel. Ich freue mich über Hilfe. Hier ist Wasser. Wasser ist gut. Alge, Alge, überall Alge. Ich hoffe, es ist nochmal Wasser. Dann hier haben wir Erze. Boah, hier ist es viele Alge. Das ist schon mal gut. Soll ich schneller laufen lassen? Ich bin im Moment noch da gehn. Sieh mal. Da muss man natürlich auch immer drauf achten, wenn es auch Sand vorkommt, wenn ich runterrutsche und auf den Kopf falle. Ist nicht schön. So. Ja, Leute. Ich möchte die Alge auf jeden Fall besitzen. Ja, das ist irgendwie so eine Art Treppe drin, dass ich eh noch kuchen drunter können. Ja, das funktioniert noch. Wo gehen wir dann hin mit der Base? Wo bauen wir die Base hin? Machen wir so Doli? Gehen wir mit Leiter hoch und ja. Was war noch dazu? Ist das eine gute Fläche hier? Wir werden alle sterben. Dankeschön für das Verständnis und ja. Für das Vertrauen, dass ich das so richtig ist an der Harfe für. Echt nett. Und zwar ist es zu weit. Ähm. Und zwar ist es zu weit. Ich ziehe mir die Leiter noch runter, weil wir wollen jetzt zu der ganzen Alge vorkommen. Eine Explosion aus dem Todesstern geworfen. Schön die Vorstellung. Und überlebt. In einem Asteroid oder Meteor. Schön Silber. Ja, versuchen wir jetzt hier zu überleben. Genau. Ja, wahrscheinlich schon kundig schon alles verkehrt machen. Die machen da oben frei. Da ist wahrscheinlich Lager hier in der Mitte oder die Bette. Gucken wir mal ein Möbel. Fertig. Machen wir bitte. Dass die schon mal gleich Bette haben. Drei haben wir schon mal. Wir werden Vorsorge. Machen wir zwei mehr. So, diese hier hat jetzt schon, äh, da war das nochmal, Lea hat jetzt schon mal die Leiter nach oben gezogen. Bär empfieh ich hier und Silbern immer im Dreamteam arbeiten. Lea holt sich die ganze Alge vorkommen schon mal. Ich finde es gut, dass sich die Kolonie so ein bisschen die Arbeit, äh, ausgeteilt hat. Und sehe ich, äh, lässt schon noch Luft da oben. Oh, scheint eher zu gut die Luft hinzukommen schon. Das ist nochmal ein Problem, ne? Wie sie gerade fall ist. Genau, Silbern, jetzt hat sie der neuer Todesstern aufgebaut. So, was haben wir dann da oben? Okay, dann, ich würde sagen, wir machen da mal so einer hin. Dass da Luft entsteht. Das Ding ist mit Strom betrifft, wo? Die Stromdinger, dort zieh ich doch immer aber erstmal noch Boden rein. Oder, ne, ich muss echt die Kabel, Kabel. Die Kabel müssen gezogen werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist jetzt passiert? Warum darf ich die Kabel? Warum kriege ich immer die Kabel abgerissen? Fehlende Ressourcen. Rohmaterial. Metall. Metall. Okay. Metall war hier. Müssen wir uns so durchgraben. Ich habe mir die Priorität von dem Graber erhöht, dass die doch schneller hinausgehen. Oh, jetzt rennen sie alle da hin. Schöpfererz. Ich hoffe, das ist das Metall, was sie da wollen. Kohle. Obsidian. Hm. So, hier macht es Beendschliff. Granit. Ja, und das ist alle wirklich Metallbanken. Schlafen, wo das Hünnbett fertig gebaut war. Und ich hoffe, da war weitaus noch mal. Rohmettall. Wo ist Rohmettall? Kupfererz. Ich probiere einfach das Kupfererz da oben mal aus, ob es das ist. Aber klar, ich kann mal alles angeblich Zeugs hier mitnehmen. Okay. im moment das material kenne ich noch gar nicht es sind ja so viele neuerungen das spiel und öel und boah das ist eigentlich so lange nicht gezockt volle lüten und milch Toiletten sehe ich gerade ok da kommen sie noch vor das wollte ich nämlich mit Abbau was wird gebaut die Kabel alles klar das ist Kupfer schon mal die Verbindungsstelle und da ist halt jetzt die Frage reißen die mir noch mal die Butter ab um das zu verbinden oder wie wird das gemacht also dann war nämlich immer der Punkt wo mein Spielnetze gefallen hat oh 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 esse Mann sind ihr gefräßig eieieieieiei ähm ja koche auch ganz wichtig Ich habe ja die Wasserzufuhr noch gar nicht... Aha! Strom. Was soll da jetzt schon wieder? Ach, immer noch ein paar. Mehr Metallabbau, Leute. Jetzt habe ich das Kabel dazu. Du musst ein Stück hinterher ziehen. Lager, da hattest du jetzt nicht rausbohrt, würde ich sagen, wir machen Lager hier hin. Oder wir gehen hier noch nach oben, was gleichzeitig auch nochmal... Ja, wir gehen weg und hoch. Ganz klare Geschicht. So, haben wir das einmal in Auftrag, ja. Ja, die Ladies sind hier am Werkler jetzt. Die holen wir unter die Resulti. Ich schätze nämlich sie, weil die Rezitel schon gezogen worden ist. Ähm, ok. Toilette. Toilette werden auch benötigt. Wie man gerade an Silvan sieht. Das ist jetzt mal nicht so genau wie ich gucke. Aber Silvan war doch gerade ein bisschen ungeschickt. Machen wir dort ein paar Toilette direkt nach dem Reingang. Wir sehen, was man abbaut, wird gleich wieder verwendet. Das ist Recycling. So, Laufräder. Da brauchen wir gleich mehrere. Die Kabelverbindung. Die Kabelverbindung. So, so. Machen wir auch Strom. Dann brauchen wir noch eine Stelle, wo Batterie gelagert werden. Dann gehen wir doch so einfach drin. So, das muss nicht groß sein. Dann stellen wir dann die Batterie hier. Dann schaut mal. Während Fähiges sich schon oben reinbohrt. Wird von ohne schon mal dafür gesorgt, dass sie nicht abstürzt und die Bote reingezogen. Ein gegenseitiges Hilfen hier. Gucken wir mal. Jetzt reißen sie mal hier die Bote nicht in. Und dann haben sie mal die Bote in gerissen. Oh, komisch. Mit dem Oxygen-Spiel-Tüter. Da haben wir dann schon jemanden Neues im Chat dürfen begrüßen. Nein, es wird auch schon bald wieder. Hier sieht man immer, wann der nächste Bewohner kommt. Das sind noch vier Balge zu können. Dann kommt der nächste Bewohner. Dann bräuchten wir wieder einen Namen. Falls sich noch keiner melden, können natürlich die, wo wir jetzt schon hier sind, gerne Vorschläge äußern. Also wenn da jetzt nicht bald der Betrieb gebaut wird, dann wird es echt schwierig mit der Luftschummel geoffen. Ich muss von der Gucke Forschung des APA. Es muss geforscht werden. Schon schauen wir echt später nach Schwierigkeiten. zum nächsten Mal.